Eigentlich hat Maldi hauptsächlich die meisten Fragen den Leuten gestellt. Die ist ja auch im Kopf größer, ne? Zunächst einmal ist es eine Ehre, überhaupt gefragt zu werden, möchten Sie das Gesicht der Gesundheitsstiftung sein? Erstmal war das Blöbel und der zweite Blöbel, ich sehe hier, dass es die Kinderklinik. Musik 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 Musik